Mein Name ist Annegret Möller-Herm von Möller-Herm Immobilien. Möller-Herm Immobilien gibt es seit 20 Jahren. Wir sind mittlerweile ein Familienbetrieb, ein Familienunternehmen mit ca. 40 Mitarbeitern. Und ich persönlich habe diesen Job vor 20 Jahren als One-Woman-Show bei Möller-Herm Immobilien gewählt, weil ich ganz gerne den Kunden persönlich beraten möchte. Wir verkaufen hier keine Steine, sondern Gefühle. Und das ist eigentlich das, worauf wir auch für Möller-Herm Immobilien im gesamten Team schon seit 20 Jahren sehr viel Wert drauf legen.